Du willst deinen Plastikdruckknopf entfernen, zum Beispiel weil dir die Farbe doch nicht gefällt? Dann schau dir die Anleitung an, denn es geht ganz einfach. Du brauchst dafür deine Plastikdruckknopfzange und dein genähtes Werk, wo du den Knopf entfernen willst. Entferne dafür als erstes das Gummiteil und die Beilagscheibe vom Bolzen. Ich habe es am besten durch Drehen entfernen können. Steck dann den Metallaufsatz schräg hinter das Ende des Knopfes und den schwarzen Aufsatz auf der anderen Seite des Knopfes dagegen. Drücke dann mit der Zange zu, bis es abgeht. Das Rückteil kann dann einfach entfernt werden. Die zweite Seite ist etwas schwieriger, da der Knopf keine so breite Auflage hat und so leicht wegrutscht. Auch bricht sie eher, als dass man es komplett entfernen kann. Aber mit etwas Geduld und Stück für Stück ist auch diese Seite schnell entfernt. Danach kannst du den neuen Druckknopf anbringen. Wie das geht, siehst du im eingeblendeten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich noch über einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.